Woran kann ich erkennen, dass jemand, den ich gerade erst kennenlerne, eher auf Nähe oder auf Distanz in der Beziehung steht? Gibt es Red Flags, auf die ich achten kann? Warum bitteschön gibt es so viele Nähevermeider und sind das eigentlich nur Männer? Wie kann ich meinen Partner ändern, wenn ich mehr Nähe will und er weniger? Was kann ich denn da tun? Wie kann ich sie oder ihn für mich gewinnen? Wie muss ich mich da verhalten? Und ich habe immer das Gefühl, nur für mich ist das mit dem zu wenig an Nähe in der Beziehung ein Problem. Warum ist es ihr oder ihm egal? Das alles sind Fragen rund um das Nähe- und Distanzthema, das eine grundlegende Dynamik in Beziehungen darstellt. Und über dieses Thema haben wir in der Folge 262 der Nähe- und Distanzteufelskreis zerstört Beziehungen gesprochen. Und ihr habt mir so viele Fragen dazu geschickt, dass ich diesen spannenden Fragen diesmal eine ganze Folge widmen möchte. Ich wünsche dir viel Freude beim Hören und spannende Erkenntnisse. Leben, lieben, lassen. Der Podcast zum Thema Persönlichkeit, Beziehung und Selbstliebe. Von und mit Claudia Bechert-Möckel. Hallo und herzlich willkommen bei Leben, lieben, lassen, deinem Selbstcoaching-Podcast mit Herz und Verstand. Jede Woche neu gibt es hier Inspirationen und Tools für dich, dein Leben und deine Beziehungen. Und ich bin Claudia Bechert-Möckel, Persönlichkeits- und Beziehungscoach. Ich unterstütze Menschen dabei, sich selbst und andere besser zu verstehen, um gelingende Beziehungen zu führen. Zum Leben, zu sich selbst und natürlich zu anderen. Und diese Folge heute ist sowas wie die Fortsetzung von Folge 262, der Nähe-Distanz-Teufelskreis in Beziehungen. Und ich gehe auf viele Fragen ein, die ihr mir zu diesem Thema geschickt habt. Und allein an dem Interesse zu diesem Thema lässt sich schon sehen, welche große Rolle dieses Nähe-Distanz-Thema spielt und welche Dramen in Beziehungen rund um das Thema entstehen können. Los geht's gleich. Werbung für Brain Effect. High-Quality Mind Nutrition und hochwertige Supplements aus deutscher Produktion. Und wenn du dir auch sagst, Nahrungsergänzung auf jeden Fall, aber immer alles einzeln nehmen, muss das wirklich sein? Und mich immer nur gesund ernähren, das kriege ich auch nicht hin bei dem ganzen Stress? Dann ist das neue BeComplete von Brain Effect vielleicht genau das Richtige für dich. BeComplete ist dein Greens und darin enthalten sind natürliche Inhaltsstoffe aus 13 Früchten, 22 Gemüsen, Vitaminen, Mineralien, Botanicals, Enzymen und veganes Omega-3. Die einzigartige All-in-One-Formel von BeComplete unterstützt deinen gesamten Körper, ergänzt auch noch durch Bakterienkulturen für einen gesunden Darm. Das alles steckt in einem morgendlichen Drink, ist also der perfekte Start in den Tag. BeComplete trägt mit seinen verschiedenen Inhaltsstoffen zu weniger Müdigkeit und einem normalen Stoffwechsel von Makronährstoffen bei. Außerdem wird der Blutzuckerspiegel reguliert und die Verdauung sowie das Immunsystem unterstützt. Das alles schmeckt dann auch noch gut und kommt ganz ohne Zucker aus. BeComplete findest du wie all die anderen wunderbaren Produkte von Brain Effect auf braineffect.com und mit dem Code LEBEN gibt's für dich nochmal bis zu 20% Rabatt auf das jeweilige Angebot und immer 10% auf alles andere. Link zu Brain Effect und den Rabattcode schreibe ich dir in die Shownotes. Liebe Claudia, ich habe schon so viel gelesen und gehört über emotionale Abhängigkeit in Beziehungen und über den vermeidenden Bindungsstil und ich muss sagen, danke, dass du das Ganze nicht so schwarz-weiß betrachtest und so streng bewertest. So wie du das beschreibst, mit Nähe Suchern und Nähe Flüchtern kann ich sehr viel anfangen. Für mich klang das immer wie ein Urteil. Abhängiger Bindungsstil, vermeidender Bindungsstil und auch so endgültig. Mir macht das dann oft so ein bisschen Angst, als ob ich da nie rauskommen könnte. Und jetzt kann ich erkennen, dass das eine Facette von mir ist, der Bindungsstil, aber dass ich nicht komplett davon vereinnahmt bin und auch andere Seiten habe. Und ich finde es gut, dass du einem Mut machst, diese Muster zu verändern. Auch, dass nicht alles aus der Kindheit kommen muss, sondern auch spätere Beziehungen das verstärken können und dass es auch eine individuelle, natürliche Betonung des Freiheits- und Bindungsgefühls gibt, hat mir sehr gefallen. Was mich noch interessieren würde, mir, die so viel Nähe braucht, um sich wohlzufühlen, kommt es so vor, als ob ich immer wieder an diese einsamen Wölfe gerate, die sehr viel Raum für sich selbst brauchen und wenig Nähe wollen. Warum ist das so? Ja, danke für die Wertschätzung und danke natürlich auch für diese spannende Frage. Da ist tatsächlich ein gewisser Magnetismus. Klammeräffchen und einsame Wölfe, also Nähesucher und Näheflüchter, die ziehen sich tatsächlich an. Das kann ich auch immer wieder beobachten in meiner Arbeit mit Klienten. Sie haben eine gewisse unbewusste Faszination füreinander. Beide wiederholen nämlich das, was sie kennen, auf eine unbewusste Weise. Der nähesuchende Part hat immer das Gefühl, sich die Liebe verdienen zu müssen und ihr hinterher zu jagen, weil diese Liebe nicht von selbst kommt. Und das ist eben oft ein vertrautes Gefühl, auch wenn es sich schrecklich anfühlt. Die Näheflüchter dagegen fühlen sich in so einer Beziehung wieder bedrängt und wieder unfrei. Und deshalb machen sie sich rar, obwohl sie sich doch sicher waren, diesmal würde alles passen, in dieser Beziehung endlich. Und in so einer Konstellation, da steckt natürlich auch bei beiden das unbewusste Beuteschema dahinter, das uns Menschen anziehen, mit denen wir die Bindungserfahrungen, die wir schon gemacht haben und die ein Muster in uns hinterlassen haben, wieder herstellen, also wieder rekonstruieren. Und darin besteht für mich auch ein Lernfeld. In so einer Beziehung ist die Aufgabe, sich zu entwickeln. Für beide. Denn sowohl Näheflüchter als auch Nähesucher haben im Übermaß etwas, das dem anderen noch ein bisschen fehlt. Das heißt, hinter der Faszination, die Nähesucher und Näheflüchter füreinander haben, steckt ja auch der unbewusste Drang, etwas zu bekommen, das einem selbst noch ein bisschen fehlt. Denn Nähe und Distanz sind in so einer Beziehung prinzipiell vorhanden, nur sitzt jeder auf einem Pol davon. Einer sorgt für die Nähe und die Verbindung, im Übermaß, und der andere sorgt für die Distanz und den Abstand, auch im Übermaß. Was aber fehlt, ist die Balance im eigenen Selbst. Und so kommt es zu einer Art Polarisierung innerhalb der Beziehung. Das Ganze wird festgefahren. Der Nähesucher mutiert zum Nähejunkie, weil vom anderen ja nichts kommt. Der Näheflüchter wird zum Ausreißer, weil er sich bedrängt fühlt. Der Teufelskreis von Klammern und Ausreißen ist damit in Gang gesetzt und wird sich immer weiter verstärken. Das Klammern ist der verunglückte Versuch, mehr Nähe und damit mehr Sicherheit zu bekommen. Ausreißen und Fliehen vor der Nähe der Beziehung ist der schiefgelaufene Versuch, sich frei und damit autonom zu fühlen. Zwei Freiheitssucher, also zwei Näheflüchter, finden sich eher selten. Oder nur ganz kurz. Sie haben einfach zu wenig Klebstoff für die Beziehung. Es kümmert sich ja keiner richtig um die Nähe. Die Verbindung ist dadurch weniger intensiv und dauerhaft. Und zwei Nähesucher erlebe ich in der Praxis auch eher selten. Und wenn, dann sind sie super symbiotisch, sodass kaum Platz für autonome Bedürfnisse ist. Was es dagegen häufiger gibt, ist die Verbindung mit einem sicheren Bindungstyp. Denn den, das darf man nicht vergessen, den gibt's ja auch. Das sind Menschen, die in sich eine gute Balance zwischen Nähe und Distanz halten können und die in sich selbst vertrauen. Also sie vertrauen sich selbst und sie vertrauen auch in Beziehungen. Und wenn du mehr zu den Bindungsstilen erfahren möchtest, dann gibt's hier bei Leben leben lassen die Folge, welcher Beziehungstyp bist du, die findest du in den Shownotes. Und da gehe ich ein auf die Bindungstheorie und die vier Bindungstypen. So, die nächste Frage zum Thema Nähe und Distanz. Woran merke ich den Bindungsstil, wenn ich jemanden kennenlerne? Gibt's da so eindeutige Signale? Auf was kann ich achten? Ich will nicht mehr an diese eifersüchtigen, besitzergreifenden Typen geraten, die mich ganz für sich haben wollen. Und jemand anders hat geschrieben, Ich hab keine Lust mehr, den Näheflüchtern hinterherzulaufen. Ich will jemand, der auch so viel Nähe möchte wie ich selbst. Woran merke ich das also? Ich kann die Frage absolut verstehen, aber die Sache ist die. Es ist einfach, aber nicht leicht, das zu erkennen. Denn eine Beziehung hat ja verschiedene Phasen. Auch dazu gibt's hier schon eine Folge, hört da gerne nochmal rein. Und alles beginnt ja immer mit dem Kennenlernen, also der Verliebtheitsphase. Phase 1. Das ist aber erst der Auftakt, die Anbahnung einer Beziehung. Das ist noch nicht die Beziehung. Denn verliebt sein ist nicht Liebe. Ganz, ganz wichtig. Leider wird es oft sehr falsch verstanden. Und in dieser Verliebtheitsphase, also Phase 1, da wachsen wir über uns hinaus. Und die Muster, die wir mitbringen aus unserem Leben, die werden noch nicht aktiv, oder besser gesagt kaum. Das bedeutet also, in der Anfangsphase einer Beziehung, da klammern die Nähesucher nicht. Sie können dem anderen genügend Raum lassen und spüren keine Angst, denn sie fühlen sich ja geliebt. Der oder die Näheflüchter fliehen auch noch nicht, denn es zieht sie ja hin in die Beziehung. Es ist ein Hinzu und nach kein Weg von. Es ist sogar so, dass Näheflüchter richtig euphorisch werden können in Sachen Bindung, in so einer Anfangsphase. Und Nähesucher oder Nähesucherinnen sehr unabhängig daherkommen. Und die Muster, die sie aber mitbringen, also ihre Bindungsstile, die zeigen sich meistens erst dann, wenn man schon zusammen ist. Also wenn man sich schon positioniert hat in die Beziehung. Das heißt, wenn man in Phase 2 eintritt. Dann hört das rosa-rote nämlich auf. Der heiligen Schein bröckelt und das realistische, tatsächliche Bild des eigenen Selbst kommt irgendwann zum Vorschein. Das ist ein ganz normaler Verlauf. Und deshalb, wenn du jemanden kennenlernst, du musst nicht misstrauisch sein. Aber renn bitte auch nicht gleich mit Anlauf, naiv wie ein Kind, in ein gemeinsames Leben rein. Sich angezogen und verliebt zu fühlen ist wunderbar. Aber schau dir an und frag auch nach, ob eure Vorstellungen von Nähe und Distanz und eure Werte in Bezug auf Beziehungen, ob eure Bedürfnisse auch in eine ähnliche Richtung gehen. Oder ob ihr euch auf eine gemeinsame Ausrichtung einigen könnt. Das erspart wirklich sehr viel Leid. Sprechenden Menschen kann geholfen werden. Wenn ich Klientinnen oder Klienten frage, habt ihr da mal drüber gesprochen, was euch wichtig ist in einer Beziehung? Dann höre ich ganz oft, äh, nein, haben wir eigentlich nicht. Warum nicht? Weil ich Angst hatte, das Schöne, das wir hatten, zu zerstören, wenn wir darüber reden. Ehrlich, sowas ist naiv. Die Möglichkeit, dass es nicht passt miteinander, gibt es immer. Aber es ist besser, das zu wissen, bevor man sich auf ein gemeinsames Leben einlässt. Liebe allein reicht nicht. Dennoch, es gibt ein paar Sachen, auf die man achten kann und die sich auch schon relativ frühzeitig zeigen. Wie verbindlich ist zum Beispiel jemand? Meldet sie oder er sich zurück? Oder nur sporadisch? Hat sie oder er mal Zeit und mal nicht? Gibt's Nachrichten und Aufmerksamkeit und dann ist wieder Funkstiller? Ist das Interesse erst heiß und dann lauwarm? Das könnte auf einen Näheflüchter hindeuten. Redet sie oder er von seinen Ex-Partnern ganz euphorisch, sodass du denkst, boah, da komme ich ja nie ran? Oder wird gar nicht über Ex-Beziehungen geredet? Gibt's ab und zu, vielleicht schon nach kurzer Zeit, so kleine kritische Äußerungen in Bezug auf dein Leben, dein Äußeres oder deine Interessen? Wird vielleicht kaum über eure Beziehung gesprochen, obwohl ihr viel zusammen seid? Das alles kann auf Näheflüchter hindeuten, alias Vermeider bzw. Vermeiderin. Du musst dabei nichts überbewerten, aber mit der Dreierregel kannst du dir ein gutes Bild machen. Und die Dreierregel geht so. Wenn etwas einmal vorkommt, okay, kann passieren, kann man durchwinken, niemand ist perfekt. Fällt dir ein schwieriges Verhalten zum zweiten Mal auf? Achtung, Ausrufezeichen. Beim dritten Mal ist es ein Muster. Es wird wieder vorkommen. Und jetzt heißt es, konkret zu werden, das Ganze anzusprechen und damit auch zu klären, wohin es mit euch gehen soll. Und das nicht einfach dem Zufall zu überlassen. Nähesucher dagegen haben auch so Zeichen, die natürlich am Anfang auch ganz wunderbar sind. Sie schreiben nämlich viele Nachrichten, können nur schwer aushalten, wenn du nicht gleich reagierst. Sie haben immer Zeit für dich. Oft wollen sie dir auch helfen und dich retten. Und kleine Missverständnisse zwischen euch können ganz schnell in ein Drama kippen. Das könnte wirklich auf eine Neigung zu Abhängigkeit oder Vereinnahmung hindeuten. Und ein guter Fingerzeig ist auch immer, wie spricht jemand über seine Vorbeziehungen? Es ist kein Problem, wenn Beziehungen gescheitert sind. Aber wie ich darüber spreche, das sagt sehr viel darüber aus, ob ich diese Erfahrungen genutzt habe, um mich in Sachen Beziehung zu entwickeln. Habe ich zum Beispiel verstanden, was ich versehentlich dazu beigetragen habe, dass die Beziehung an ein Ende gekommen ist, oder werte ich den Partner ab? Bin ich eigentlich immer nur das Opfer gewesen und der andere ist schuld? Oder kann ich rückblickend neben dem Schmerz den anderen okay sein lassen und sehe auch meine eigene Verantwortung, meine Fehler? Idealisierung der Ex-Partner, Abwertung der Ex-Partner oder totschweigen frühere Beziehungen sind Signale, wo es sich nach meiner Meinung auf jeden Fall lohnt, genauer hinzuschauen. Nächste Frage. Warum gibt es so viele Näheflüchter? Ich habe den Eindruck, heutzutage gibt es eigentlich nur noch Vermeider. Und das sind doch dann auch meist Männer, oder sehe ich da was falsch? Tja, sind nur Männer Vermeider? Definitiv nein. Näheflüchter können auch Frauen sein. Ich habe viele Klientinnen gesehen, die vermeidende Bindungstendenzen haben. Da das aber meist nicht bewusst ist und die Strategien, um sich zu viel Nähe vom Hals zu halten, oft verdeckt und manchmal auch paradox sind, ist das oft nicht auf den ersten Blick ersichtlich. Weder für die Näheflüchter selbst, noch für die potenziellen Partner oder Partnerinnen. Ein Beispiel. Eine Klientin, nennen wir sie Ariane, wünscht sich schon lange eine Beziehung und sie datet auch. Ihre Absicht ist klar. Aber sie verliebt sich immer wieder in Männer, die entweder verheiratet sind, also schon vergeben, oder in Männer, die sehr weit weg wohnen, oder in Männer, die sich nicht entscheiden können. Da wird ihr Bindungssystem so richtig aktiv und sie legt sich wie irre ins Zeug. Bei Männern dagegen, die klare Absichten haben und verfügbar sind, wirft Ariane sofort den Mängelssoom an und findet immer wieder etwas auszusetzen und zu kritisieren. Sie hält sie sich damit vom Leib. Sie betrachtet diese Kandidaten mit einer innerlichen Distanz. Ariane versteht das überhaupt nicht. Sie liegen ihr zu Füßen, aber sie verliebt sich immer in die Falschen. Wir finden heraus, dass ihr unbewusstes Bindungsmuster, die Nähe, die sie sich wünscht, verhindert. Ariane kann Nähe nur aus der Distanz, weil es sich für sie sicherer anfühlt. Wenn sie sich also in unerreichbare Männer verliebt, kann sie sich sehnen nach Beziehung und nach Liebe und bleibt aber immer mit einem Fuß draußen, also in Sicherheit. Sie muss sich nie wirklich einlassen, hat also genug Distanz, um sich sicher fühlen zu können. Dahinter steckt eine gewisse Bindungsängstlichkeit, die aus ihrer Geschichte kommt und ein generell großer Freiheitsbedarf und auch einige Beziehungserfahrungen mit Männern, die sie als zu vereinnahmend empfand, was ihr bisher gar nicht klar war. Natürlich aber ist da auch was dran. Es gibt sehr viele Männer, die Näheflüchter sind. Das hat aber meiner Meinung nach auch damit zu tun, dass es lange und immer noch Bestrebungen gab, Jungs tapfer und möglichst mit wenig Gespür für ihre eigene Innenwelt zu erziehen. Nicht weinerlich und nicht bedürftig sollten sie sein. Das kann dann, um es nur ganz kurz mal anzudeuten, schon dazu führen, sich lieber nicht zu öffnen, vor sich selbst und vor anderen nicht, was aber dann wiederum auch tiefe Beziehungen verhindert. Schlussendlich führt das dann dazu, dass sich viele Männer immer noch sicherer in der Autonomie fühlen als in der Bindung, obwohl sie sich genau danach sehnen. Bleibt noch die Frage, warum die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass du an einen Näheflüchter alias Vermeider oder Vermeiderin gerätst, wenn du selbst ein Nähesucher oder eine Nähesucherin bist. Nicht mal 25 Prozent, so sagt die Bindungsforschung, sind Näheflüchter bzw. Menschen mit vermeidendem Bindungsstil. Aber diese Menschen haben ja ein Thema mit innigen Beziehungen, sie haben es also schwer damit. Also ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie sich nicht auf solche Beziehungen einlassen, relativ groß. Genauso wie die Wahrscheinlichkeit, dass sie sich schnell wieder trennen und wieder neu auf Partnersuche gehen. Diese Wahrscheinlichkeit ist viel höher als bei Menschen, die sehr enge Beziehungen eingehen können. Nähesucher dagegen halten oft sehr viel aus, um die Beziehung nicht zu verlieren. Näheflüchter gehen generell nicht so schnell in Beziehungen, sie bleiben oft sehr lange Single. Sie suchen immer nach der oder dem Richtigen. Das kann man jetzt nicht pauschalisieren, aber es gibt auf jeden Fall solche Tendenzen. Bedeutet also, Näheflüchter sind generell länger verfügbar in der Datingzone, aber sie sind auch wieder schneller auf dem Markt. Und deshalb ist die Wahrscheinlichkeit, dass du auf sie triffst, größer. Das leuchtet ein, oder? Du hast erwähnt, Claudia, diese Muster lassen sich verändern. Wie kann ich sie oder ihn dazu bringen? Jawohl, das habe ich gesagt. Wir können unsere Bindungsmuster ändern und das ist doch Stand der Forschung. Sie sind nicht in Stein gemeißelt. Das ist wunderbar. Und die Bindungsforschung im Bereich der Erwachsenenbeziehung beweist das. Das heißt, wenn du mit einer Nähesucherin oder einem Näheflüchter zusammen bist und du erkennst euren Teufelskreis, gibt es Hoffnung. Aber, und das ist jetzt die bittere Wahrheit, nicht du kannst deine Partnerin oder deinen Partner ändern oder sein oder ihr Beziehungsverhalten, sondern jeder von euch kann das nur für sich tun und damit schafft ihr eine gemeinsame Veränderung in der Beziehung. Vielleicht. Das heißt also, um es ganz hart zu sagen, ohne Freiwilligkeit von beiden Seiten geht es nicht. Wenn deine Partnerin, dein Partner kein Interesse hat, sich eure Dynamik anzuschauen, wenn sie oder er verweigert, den eigenen Anteil an diesem Teufelskreis anzuschauen, dann hast du allein keine Chance. Du kannst keine Beziehung allein verändern. Schlichtweg deshalb, weil es nicht an dir allein liegt. Beziehung bedeutet Wechselwirkung. Wenn es euch gut geht, wart ihr das zusammen. Wenn es schrecklich ist in der Beziehung, geht es auch nur, weil ihr beide versehentlich dazu beitragt. Durch das, was ihr tut oder auch durch das, was ihr nicht tut. Ich habe ja in dieser Folge über Nähe und Distanz von Caro und Anton erzählt, die beide es geschafft haben, diesen Teufelskreis anzuhalten. Weil sie es beide wollten. Weil sie sich dafür interessiert haben. Ohne das wird es nichts. Mir wird immer ganz flau im Magen, wenn ich höre, ich werde um die Beziehung kämpfen, obwohl Partner oder Partnerin sich längst abgewandt haben. Das ist ein Irrtum. Um eine Liebe zu kämpfen, so traurig das klingt, kann man nicht in eine Einbahnstraße hineinfahren. Nächste Frage. Warum haben Nähesucher, so beobachte ich das in meinem Freundinnenkreis, viel häufiger das Bedürfnis, sich um die Beziehung zu bemühen? Ich erlebe Freundinnen, die alle Podcasts hören, alle Bücher lesen und alles verstehen wollen, um ihn zu verstehen und ihn davon zu überzeugen. Und dabei kommt von seiner Seite nichts. Ja, genau. Das ist ein Problem der Nähesucher oder Nähesucherinnen. Ihr Bedürfnis nach Nähe steigt ja ins Unermessliche. Sie werden ja erst zum Klammeräffchen, wenn der Näheflüchter die Flucht in die Distanz antritt. Sie oder ihn dann dazu zu bringen, sich einem zuzuwenden, bedeutet eben auch in vielen Fällen, dass sie alles verstehen wollen, in der Hoffnung, wenn ich sie oder ihn nur richtig verstehe, wenn ich alles darüber weiß, dann werde ich dafür sorgen, dass sie oder er das auch noch versteht und sich ändert. Das sind Fake News. Glaub mir, Näheflüchter haben kein Verständnisproblem. Sie haben ein Nähe-Problem. Und wenn du sie damit konfrontiert hast, wenn sie sich ehrlich dafür interessieren, dann machen sie sich von selbst auf den Weg, anstatt dich mit dem Problem allein dastehen zu lassen oder alles einfach nur abzuwehren. Wenn du also eine Nähesucherin bist, verliere dich nicht in der Überzeugungsarbeit. Das ist sinnlos, wenn es nicht auf Wiederhall stößt. Sprich Einladungen aus, aber bettle nicht. Kurz gesagt, die Nähesucher haben ganz klar den größeren Problemdruck. Deswegen suchen sie auch meist nach Hilfe und Lösungen. Während die Näheflüchter oft, wenn auch nicht immer, das Problem beim jeweils anderen verorten und damit eigentlich gefühlt kein Problem haben. Nächste Frage. Ich glaube, ich bin immer wieder an eine Näheflüchter geraten. Welche Strategien kann ich machen, damit er nicht ausreist? Ich will diese Beziehung unbedingt. Ihr Lieben, jetzt wird's wirklich ernst. Finger weg von Strategien. Das bringt euch genau gar nichts. Und ich werde oft nach Strategien gefragt. Wenn sie nicht deiner inneren Haltung entsprechen, wird es auf Dauer nicht funktionieren. Kurzfristig kannst du natürlich so tun, als ob du kein Interesse hättest, dir nicht die ganze Nacht die Fingernägel abkaust, dich rar machen. Ja, das wird erst mal ein gewisses Interesse erzeugen. Aber wie lange willst du denn solche Strategien durchhalten, wenn sie dir gar nicht entsprechen? Deine Nähewünsche werden früher oder später durchbrechen. Und was machst du dann? Ich weiß schon, was du jetzt sagen willst. Das Internet ist voll von schlauen Strategien. Und ich mache mich jetzt vielleicht unbeliebt. Aber wenn du nicht du bist, wenn du in eine Beziehung gehst, führt das auf Dauer in die Katastrophe. Ich empfehle dir daher, so früh wie möglich, nicht nur auf die Schmetterlinge im Bauch zu achten, sondern auch in den Austausch über das zu gehen, was jedem von euch am Herzen liegt und wesentlich für euch ist. Wenn ihr nämlich nicht wesentlich in der Beziehung vorkommt, weil ihr zu weit auseinanderliegt mit euren Vorstellungen, und ihr euch verbiegen müsst, dann wird eine Annäherung und eine gemeinsame Basis verunmöglicht. Und übrigens, die Angst, den anderen zu verlieren, kann auch sehr leicht mit Verliebtheit verwechselt werden. Wenn du mal Nähesignale bekommst und dann wieder im Regen stehst mit deinen Nähewünschen, dann fährst du nämlich Achterbahn zwischen Angst und Liebe, zwischen Verbundenheit und Unsicherheit. Und es macht nicht nur hormonell eine Riesensugwirkung, eine Art Beziehungssucht, es fühlt sich auch noch sehr aufregend an, denn du bist ja ständig im inneren Alarmmodus. Aber Achtung, sowas ist nicht Liebe, sondern Sucht. Und bleiben wir nochmal beim Schmetterling. Da gibt's eine sehr schöne Metapher. Stell dir mal vor, du stehst auf einer bunten Blumenwiese und du möchtest einen Schmetterling fangen. Wie machst du das? Hm, wahrscheinlich rennst du ihm nach, oder? Nimmst einen Kescher oder ein Netz? Okay, was macht der Schmetterling? Genau, er fliegt davon. Und du immer ihm nach. So ist es genau mit den Näheflüchtern und den Nähesuchern. Was könntest du denn stattdessen machen? Du könntest dich um deinen Garten kümmern. So, dass es daran blüht und grünt und dann werden die Schmetterlinge von alleine kommen, ohne dass du jagen gehst. Kommen wir zur letzten Frage. Es gab viel Interesse am Beispiel von Caro und Anton, das ich in der Folge Nähe und Distanzteufelskreis erzählt habe. Und daran, dass die beiden ihre Beziehung so verändert haben, dass sie sich jetzt beide mehr und mehr darin wohlfühlen können. Ohne, dass sie anders sein müssen, als sie sind. Wie haben sie das gemacht, habt ihr gefragt? Durch das Näheparadox. Anton, der die Macht über die Nähe hatte, weil er weniger davon brauchte, hat beschlossen, nachdem er die Dynamik verstanden hat, mehr Nähesignale zu senden. Das machte er, indem er mehr über sich redete, von dem, was er vorhatte, indem er Caro mehr an seinem Inneren teilhaben ließ und auch von seinen Freunden oder seiner Arbeit erzählt hat. Er hat einfach mehr darüber mitgeteilt, was sie gerade beschäftigte. Und er nahm sich mehr Zeit für die Beziehung. Er ging auch auf Caro ein, plante mit ihr gemeinsame Erlebnisse. Das wiederum gab Caro die Sicherheit, die sie braucht, um mehr Distanz in der Beziehung mit Anton zulassen zu können. Und da sie sich jetzt sicherer fühlt, kann sie ohne Not Anton auch mal sein Ding machen lassen. Das Paradox besteht darin, dass Anton mehr Nähe kann, weil er sich freier und unabhängiger fühlen darf. Er fühlt sich dadurch hingezogen, weil ihn die Nähe nicht mehr jagt, sondern er selbst den Weg zu Caro gehen kann, weil sie nicht immer schon da ist und bei ihm anklopft. Das heißt, Nähe schafft Autonomie und umgekehrt. Der Nähesucher braucht Nähe, um Distanz zu ermöglichen und der Näheflüchter braucht Distanz, um Nähe zu ermöglichen. Erstaunlich, oder? Und so kann man den Töffelskreis in einen Kreislauf des Gelingens drehen, wenn beide es wollen. Wir müssen nicht gleich sein und wir müssen auch nicht perfekt sein, um Beziehung zu machen. Was wir brauchen, ist die Absicht, uns entgegenzugehen, uns verstehen zu wollen. Wenn das aber nur geht, indem wir uns dabei verbiegen, passen wir wahrscheinlich nicht zusammen, weil wir uns dann selbst verlieren. Und ich wünsche dir, dass du genau das für dich herausfindest, dass du den Mut hast, dich dieser Wahrheit zu stellen und deine Konsequenzen zu ziehen. Ich wünsche dir auch, dass du eine Beziehung wählst und gestaltest, in der sowohl deine Bedürfnisse als auch die Bedürfnisse deiner Partnerin oder deines Partners vorkommen und gelebt werden können. Und dass sie eine gemeinsame Ausrichtung findet. Und wenn nicht, wartet so eine Beziehung möglicherweise anderswo auf dich. Alles Liebe, deine Claudia. Folge 263 von Leben lieben lassen. Ich danke fürs Zuhören und Dabeisein und ich hoffe, wir konnten wieder ein wenig Licht ins Dunkel bringen bei den Fragen rund um Nähe und Distanz. Teile diese Folge bitte mit Menschen, die dir am Herzen liegen, denn darüber sollten wirklich alle Bescheid wissen. Feedback zur Sendung gerne in den Kommentaren auf YouTube, Spotify oder auf Insta. Ich freue mich von dir zu hören und ich freue mich auch, wenn du mir deine Sterne schenkst oder eine nette Bewertung schreibst in der Podcast App deiner Wahl. Denn so ein Podcast lebt von seiner Community und ich danke euch allen da draußen, die ihr hier gerne reinhört. Alle Links stecken wir immer in den Shownotes. Und wenn du ein eigenes Thema hast, an dem du gerne mit mir arbeiten möchtest, alle Infos zu meinen Beratungsangeboten findest du auf leben-lieben-lassen.de, meine Website. Das gilt für Einzel- und Paarberatungen als auch für Human Design Basis Readings. Da werde ich immer wieder gefragt, weil ich das nie erwähne. Also alles auf der Website und dort kannst du auch über das Kontaktformular dein persönliches Kennenlerngespräch vereinbaren. Ich arbeite vor allem online via Zoom. Wir hören uns im Podcast immer am Sonntag mit der neuen Folge und wenn es passt, auch in der Mini am Mittwoch Ausgabe. Ich freue mich, wenn du wieder mit am Start bist. Von daher Podcast abonnieren und Glocke aktivieren, wenn du es noch nicht gemacht hast. Ich schicke dir liebe Grüße, wo und wann immer du mich hörst. Bis zum nächsten Mal bei Leben-lieben-lassen.